Noch bis November laufen in Bayerisch Zell und Umgebung die Dreharbeiten für die 14. Staffel der Herzkino-Reihe Frühling. Selbstverständlich steht Simone Thomaller wieder als Dorfhelferin Katja Baumann vor der Kamera. Wie das ZDF berichtet, werden auch Christo Ferkitsch, Johannes Herschmann, Karoline Ebner, Julia Willecke, Beautix, Marco Girndt, Hanna Binke, Levin Henning und Katalina Navarro-Kirner in den Neuen. Jetzt hat Regisseur Dirk Pientka auf Instagram ein Foto geteilt. Das beweist, dass auch die aus der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, bekannte Schauspielerin Valentina Pade wieder für Frühling. Nachdem Pade bereits in Staffel 13 aufgetreten war, äußerte sie die Hoffnung, abermals mit dabei sein zu dürfen. Wenig später bestätigte die Schauspielerin gegenüber, TV-Spielfilm tatsächlich wieder verpflichtet worden zu sein. Dass sie sich riesig gefreut habe, bei Frühling mitspielen zu dürfen, erzählte die Schauspielerin den Kollegen. Außerdem, ich liebe das Format, die Geschichten und den Look. Zwar sei ihr Auftritt als Henry nur kurz gewesen, umso glücklicher wäre sie, würde ihre Rolle weiter ausgebaut werden. Gerade als echte Münchnerin liebe ich die traumhaften Drehorte und die positiven Geschichten, die die Zuschauer jedes Mal aufs Neue verzaubern. So Pade gegenüber TV-Spielfilm, was Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, betrifft, befindet sich Pade, die 2023 im hundertste. Film der, Inga Lindström, Reihe und zuletzt in der Romanverfilmung, sexuell verfügbar, zu sehen war, seit Januar des letzten Jahres in einer Pause auf unbestimmt. Wie Pade im vergangenen Jahr im Interview mit TV Movie Online erzählte, sei aktuell nicht angedacht, dass Sunny Richter auf den Kollekiez zurückkehrt. Der richtige Moment für ein Comeback wäre der, an dem ich mich bereit fühle, an dem ich es zu 100% fühle. So Pade. Das sei aktuell noch nicht der Fall. Vorerst brauche sie den Abstand, um sich zu entfalten, beispielsweise in anderen Rollen. Die XXL-Pause wird also nach Andauern, aber sei.